so ihr lieben willkommen zurück zu einer neuen folge eurotag similator ja bitte tun wir jetzt an natürlich die kohle bringt das sind fünf stunden fahrt das sind drei stunden fort wir nehmen die fünf stunden die immer schlafen wir uns sowieso müssen dann müssen wir auch noch ach so das fertig zum losfahren wir müssen ersparen ich sage wo bist du dahin und wir fahren da vorne dann aber schnell nach rechts ab ja können wir schlafen unsere baradet werkstatt gibt immer geradeaus ne ich will erstmal nach links ihr schlafen neue gute finden hier ist eine reparatur werkstatt und schlafen wenn möglich machen sie eine kehrtwende route neu berechnen ja ich mache barriere ich nehme ich gerade warum warum noch 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 Doch, hier. Ja, wir brauchen. voller acht nehmen ich muss einen Hänger abkoppeln dann müsste man eigentlich hoffen auf 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 gefahren komm jetzt packen ins mikro Demnächst rechts abbiegen, rechts abbiegen und dann links halten. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. So. Ich hoffe, jetzt haben wir in dieser Folge nicht so viel Wachung, Stau vor dem Kasten nicht gesehen. Demnächst rechts abbiegen. Wiege nach rechts ab. Weil das Feuer schlimm der letzte Folge. Echt schlimm. Erst macht man OBS gestrich durch die Rechnung und dann die Streckenführung. Jedes Mal wartet was. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ich bin doch bei 76, das ist doch nicht so schlimm. Meine Güte, hab dich doch nicht so. Ich bin doch nicht so. Ich bin doch nicht so. Ach, noch ein Stück. Ich bin doch nicht so. Ich bin doch nicht so. So, wir brauchen eine Tankstelle. Definitiv. Definitiv brauchen wir eine Tankstelle. Ich bin doch nicht so. 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 Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, mach ich, mach ich. Mach ich, mach ich. Ich bin doch nicht so. 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 Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ach, ich mach das klar wie wir da aus. rechts halten und dann die ausfahrt rechts nehmen macht er der nimm die ausfahrt rechts biege nach links ab immer geradeaus wenn ich rechts brauche rechts brauche ich muss sorry 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 tut mir echt leid ich möchte mal eine tankstelle wie raus platz und dankstelle hat er sehen das war schon mal dankstelle Machen sie mir doch 6 oder 4,8 Euro? Einfach oder welch? Einfach oder welch? Untertitelung des ZDF, 2020 80 durch die Baustelle immer geradeaus Ach wow Ach, immer geradeaus Ach, immer geradeaus Ja Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus Immer geradeaus Ja, mache ich doch Mach ich doch Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus Oh, da bleib ich jetzt immer links Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus Ja, ich bleib noch links Immer geradeaus Der Autofahrer wird immer links bleibst mit dem LKW, aber wenn es so ist Machen ist doch nicht so ist Ich glaube, das ist so Ja, ich weiß, das ist so Ein Mokker hat er aus. Jetzt nicht. Achtung! Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Bitte rechts halten. Nimm die Ausfahrt rechts. Ist mir schon bewusst. Biegen nach rechts ab. Biegen nach rechts ab. Biegen nach rechts ab. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Red nicht, roh Ampel rot. Da kann man nicht nix abbiegen. Da kann man nicht nix abbiegen. Ich kann nicht nix abbiegen. Danke. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Da kommt schon. Ich gehe jetzt mal an das Mikro. Ich gehe jetzt mal an das Mikro. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Sie sind am Ziel angekommen und ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Dankeschön. Und da hinten. Spannenderischen parlez. Spannende allí. Spannende Cross peril. Spannende Zähne. In staatliche Kraft soll ich jetzt mal mit dem Weg auf是不是. Spannende Zähne. Spannende Zähne. Spannende Zähne. Spannende Zähne. Spannende Zähne. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ja. aber was gut geschafft was gezeichnet über euro verdient und ihr leben so gut zu sehen vier euro kommentare für likes mega taum an euch und gute fahrt und tschüss